Heute nehmen wir an einer Fahrraddemo teil in Bad Kreuznach. Ziel ist es, dass Bad Kreuznach fahrradfreundlicher wird und dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt in Bad Kreuznach sind. Bis dahin ist Bad Kreuznach sehr autofreundlich und wir möchten mehr Radwege. Weil das Radwegenetz ausgebildet werden muss in Bad Kreuznach, damit Fahrradfahren einfach interessant wird für viele. Und da sind wir uns ja einig, Fahrrad ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Also wenn hier Tempo 30 eingerichtet wird, dann kann man sich darauf verlassen, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich beschweren und die wissen schon, wo sie sich beschweren müssen, nämlich beim LWM. Unsere Forderungen von Kreuznach sind ein durchgehendes Radwegennetz, keine Fahrradwege auf Bürgersteigen, kein Neubau von Entlastungsstraßen, die Umwandlung von Tagflächen in Kuhnflächen, bessere Ampelschaltung für Fußgänger und Fahrradfahrer, besseren ÖPNV mit höherer Tagsturm, Barrierefreiheit auf Gerollstuhlfahrer, Tempo 30 Ton in ganz Bad Kreuznach. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.